Hier haben wir eine Schulkabine, 1.695 Euro, das sind die Kombi Balkonkabinen, das ist schön, die kann man draußen, kann man das wegschieben, und hier hat man eine Veranda-Kabine, wo man komplett um die Ecke Balkon macht, mit Liege und Hänge macht, das ist echt ein Traum, das sind die Veranda-Balkonkabinen, die großen. Und da ist ganz hinten draußen, man sieht halt ungefähr das Meer aus.